So. Wie im Tetzel hier gerade die Taschenlampe in die Schüssen fällt. Beste Bild. Nein, das war mir passiert. Ach du warst, das war doch der Johnny. Guck dir noch mit der Hand und denk, nein. Oh nein. Die gute Mägleit. So, ich geh der Wein schon mal aussuchen. Ja, ja, ja. Passiert, passiert. Ach, die schütteln wir ab Johnny, alles gut. Nee. Ich kann gar nicht bereit bereiten. Anfänger, Ecklefit Street House, Anfänger. Auch ein Farmhaus. Jetzt doch etwas ohne. Und einem Dachboden. Kann ich jetzt was kaufen? Ich hab 127 Dollar. Wie gefällt es euch denn bisher? Ah, das Spiel ist super. Ach so. 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 Also, wenn ihr alle bereit seid, dann drücke ich auch irgendwie... Ja. Zieht meine Maus. Äh, Maus, sag ich, ich hab meinen Controller. So. Dann würde ich sagen, start mal. Okay, start. Stopp. Oh, ich hörte jetzt mal Temperatur. Ach ne. Äh, EMF wieder. Wo ist sie denn? Hier. Zack. Äh, dann die Talkbox. Da oben. Na? 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 Und... Taschenlampe. Zack. So. Was haben wir denn hier? EMF-Reader müssen wir finden. Räuschestäbchen und... Minus 10 Grad. Oder unter 10 Grad. Und der Geist heißt Mark Garcia. Ach so, Kopfkamera. Gracias. Ah, gracias. Si, senor. So. Äh. Ich schmeiße nicht immer das Geisterbruch durch die Gegend. Äh, warte. Stopp, 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 stopp. Äh, wenn das jetzt keiner von uns genommen hat, müsste man das fotografieren. Weil da Dämon... Es können auch Geister im Fuß sein. Nein, nein. Das hat schon irgendwer genommen. Ich hab das dahin geworfen. Ihr habt das gesehen. Das fällt auch von alleine runter. Ja. 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 Jo. Würd ich sagen, auf ins Verderben. Ach so, wir hatten den Schlüssel, da muss es vorgehen. Ne, ne, das ist egal. Ach so. Ich dachte, da gibt es wohl einen Schlüssel dazu. Ja, es gibt das, aber dann muss man alles um einen rein aufsammeln. Ich hab mir eben ausgesammelt, Tetzel hatte die Tür. Und Sully steckt wieder halt in der Tür. Ich krieg die Tür da drauf. Hast du ein Glück, ich krieg die Tür aber nicht zu. Die Maustaste gedrückt halten und... Genau. Einfach nach vorne ziehen. Ja, im Bad gerade eben hat's auch geklappt. Haustür war ein bisschen schwergängig. Ich hab halt nicht die dicksten Oberarme. Wattauber ist doch ein Knopf. So, Thermometer man, show us the way. Also ich bin der Fotoapparat, Mann. Ich hab zehn Bilder am Schluss hier. Oh. Ich hab das Schlafzimmer der Frau gefunden. Hier gibt's Schuhe. Hier ist die Vodopuppe, glaub ich. Ja, sieht so aus. Auch fotografieren wollte ich sagen. Das hab ich nämlich gelesen. Ah, der Hase. Come to me, Bunny. Ich hab's. Was? Die Vodopuppe. Kannst du die in die Schuhe reinlegen? Dann fotografier ich sie. In die Tür bitte. Dann mach doch mal ein ordentliches Bild. Oder hier in die Schuhe. Ihr seid so doof. Zeigt mal. Danke. Sieht aus, das klettert ein Bett hoch. Das ist gut. Oh Gott. Wie man sitzt da zu ihm irgendwo? Ich schuld, kein Kind. Zeig mal, wie sieht das aus, die Bilder. Oh, äh, 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 äh. Leute, wir haben eine Interaktion. Mit irgendwas, was ich nicht erkenne. Ja? Ja, hier sind schon mal null klar. Hier sind Minustemperaturen im Raum kommt. Ja, es lebt hier auch rum. Also was, Minus-Gefriertemperaturen? Oh ja, hier sind richtige Minustemperaturen. Bist du da? Rede mit uns. Ich sehe nix. Hier ist kalt. Ah, wie süß. Ja, nimm den Glühschraub. Ja, gib her. Ja, wie heißt es aber? Komm, ich zeig dir den richtigen Hasen. Wo ist er denn? Bunny? Du mag ihn so, oder? Ja, ich kann nicht. Ich nehm noch was in der Hand. Scheiße. Hallo. Ja. Schreib in das Buch. Warum bist du so kalt? Weil ich den Ausgang gefunden habe. Bitte töte mich nicht. Kannst du mich hören? Kannst du mich sehen? Bist du eine Frau? Bist du tot? Bist du tot? Ist das da dein Kind? Bist du das? Rede mit mir. Wo bist du? Bist du? Bist du da? Bist du da? Bist du da? Gib mir ein Zeichen. Sprich mit mir. Bist du da? 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 Äh, äh, Talkbox. Talkbox. Und ich bin weg. Er stand gerade auch bei dir. Bei mir stand, dass er erwachsen ist. Ah, ich bin falsch. Da geht's raus. Ich leg die Box mal ab. Da hol ich mir was anderes. Habt ihr ihn gesehen? Aktivität liegt bei 5. So, dich brauchen wir nicht mehr. Oh. Ciao. Bitte was? Ich hab gesagt, Aktivität lag bei 5. Äh. Äh. Was braucht's mir denn noch? Was gibt's denn noch? Gespenst, Maro oder Dämon? Mh. IMF-Reader. Hm? Sprich mit uns. Scheiße aus. Wo bist du? Äh. Äh. Ihr fliegt ein Geister-Ob rum. Ciao. So ein Geister-Ob siehst du nicht mit bloßem Augen. Aber... Was ist denn das kleine weiße Pünktchen, was sich so undefinierbar bewegt? Hallo. Ist das Sally? Sally, bist du das? Aber was war das... Aber was war denn dann das, was da hinterher gezogen ist bei dir? Willst du mich jetzt verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Da ist doch... Ist das ein Raden? Das ist ja voll creepy. Auch zur Wand hin? Dann war's doch Sally, aber das ist so komisch hier. Ich glaube mein Gerät ist kaputt. Was? Gerade wurde die Geräte abgelaufen. Ich höre was. Wir haben keine Aktivität. Was ist denn die Tür passiert hier? Also ihr könnt ruhig zusammenbleiben. Bitte? Er spricht auf Gruppen an. Ihr könnt ruhig zusammenbleiben. Okay. Jo Sally, das ist wieder so ein Sally-Ding. Ah ja. Schaffst du was? Äh, ich... Wo bist du? Ist hier ein Sofa? Ich seh nix. Oh. Sally. Gib mir ein Zeig. Was? Willst du was bilden? Das sind Trigger denn. Zeige dich. Gib mir ein Zeichen. Ah, die hat mir ins Ohr gehaucht. Die blöde Kuh. Also der Typ. Entschuldigung, das war ich. Aber auch so... Geisterbox. Geisterbox. Hat der Arsch mir ins Ohr gehaucht. So ganz pervers. Geisterbox. Oh. Geisterbox. Geisterbox. Oh. Ich renne. Also ich bin raus. Ciao. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Also irgendwie EMF schlägt nicht aus. Ich hab da einen Krozeffekt da links. Oh. Aktivität acht. Oh. Das hilft uns alles noch nicht so viel, oder? Wir haben Gefriertemperatur und Geisterbox. Ich hab' ein schönes Foto. Da ist der Geister und das drauf. Also. Wir haben alle Punkte erledigt. Obwohl mein EMF Ding nicht ausgeschlagen ist. Oder war das von euch von vorn? Keine Ahnung. Ich hab' alle Punkte erledigt. Ich hab' keine EMF mitgenommen. Weil ich hatte einen dabei und da war immer nur ein grünes Lämpchen. Aber der Punkt ist abgehackt. Das ist überprüfen wir. Fuck. Leg die. Ach so. Wo liegt denn das Kruzi links? Ähm. Da war ja. Ja, in Starwire genau. Was hat das denn? Wir geben dann falls nur noch eine Aufladung. Sanity sieht gut aus. Mark. Zeige dich. Höre ihn. Oh. Hier macht einer. Aktivität fünf. Ist das Johnny? Ist der D-D-Mail? Das ist ein Kremium hässlich. Geh am besten nochmal raus. Die letzte Aufladung ist weg vom Kreuz. Mark. Zeige dich. Hm. Wo liegt denn da, DMS? Also das war Dämon, Mare, Gespenst. Gib mir ein Zeichen. Geist. Also der will sich nicht zeigen hier. Haucht mir so und dann ist er weg. Das drücken kannst du auf der... Weißt du, wie du die Karte... Zähneabdrücke. Zähneabdrücke. Äh, Geisterorb. Oder Geisterbuch. Habt ihr schon ein Buch ausgelegt? Buch liegt, ja. Okay. EMLF ist auch null. Ich suche den Sicherungskontrag. Vier. Passt auf euch auf. Äh, ach so, das Taschenlamm, ich wollte gerade sagen. Weiter wie vier geht es nicht. Gib mir ein Zeichen. Haube mich an. Äh. Sicherung ist wieder. Hat er gemacht. Hat sich jetzt... Äh, Jungs, ich hatte gerade Aktivität im Bus. Die Kamera verstellt sich von alleine. Ich meine den Monitor. Nee, das ist wenn du irgendwie an der Kamera an und ausmachst. Okay, da ist Party im Haus. Oh. Äh, Sully! Geh nicht rein, Aktivität 10! Kann der rauskommen? Äh, soweit ich weiß, ja, weil bei mir haben sich die Kameras gerade im Bus verstellt. Ähm, Truck. Von Kopfkamera auf Eingangskamera. Darfst du keine Sorge, ich hab ein Fotoapparat. Ich hab ein Fotoapparat, keine Sorge. Okay, hoffentlich sterben die Jungs jetzt nicht. Okay, Aktivität 0. Geben mit Bürger. Bitte keinen Funk benutzen. Keine Geistjagd. Das ist einfach nur ein irre lautes Rauschen. Ja. Ist in Ordnung, kein Problem. Over and out. Kappa. Kappa. Eieieiei, Tastel hier. Merkst du das? Die werden ohne uns voll aufgeschmissen. Ja, ja. Ja, wie gesagt, ich guck hier, da war Kopfkamera, auf einmal hat's umgeschalten. Und dann, ja. Moin. Das Spiel macht trotzdem Spaß. Oh, ja, das ist ganz lustig. Na, hab kein Foto mehr. Aber wenn sie, dass die das schon öfters gespielt haben. Ja, ja, das sind Megaproos. Wollen's nur nicht zugeben. Dann müsstet ihr ein Gespänz sein. Oh. Da war so ein Orb, glaub ich, oder? Das sind so eine kleine Lichtkugel. Ich weiß es nicht. Warte mal. Ich switch mal um. Bin in der Raumkamera. Das ist so ein kleiner weiser Punkt dann. Der rumfliegt. Kannst du ja auch mal umschalten. Das sieht man nur bei, bei, ich glaub bei... Ich glaub sieht man auch nur bei, äh, sieht man auch nur bei Nachtsicht. Komische Nachtsicht hier. Oh, das ist der Geist. Da war der Geist. Da war der Geist. Mach nochmal zurück, mach nochmal zurück. Im Bildschirm. Ja, ja, in den Wohnraum. Da, der Geist ist grad durch die Tür ge-ge-ge-ge-ge-ge-gewoonwalked. Und nach... Ja, da ist da... Da ist grad durch die... Hier auf der Kamera, oder was? Ja, ja, da kam rechts aus dem Raum. Da, wo wir die ganze Zeit drinnen rumspuken. Da kommt er raus, gewoonwalked. Guten Tag. Hallo. Ich glaub, wir haben den Geist gesehen. Johnny ist tot, oder was? Ah, das sieht irgendwie nicht so gut aus für Johnny. Oh, Johnny, nein! Er war doch so jung. Ich hab'n Computer fotografiert. Vielleicht funktioniert's jetzt ja, weil... Wichtige Bilder. Weil ich nehm' die andere Kamera mit. Ich glaube, die... Der wird's denn auch noch sein. Du hast einfach nicht zugehört. Ich hatte ja auch Angst. Wir haben Gefriertemperaturen, Geisterbox und Fingerabdrücke. Das Fingerabdrücke noch, okay. Zack, 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 zack. Gespenst. Oh, äh. Johnny, wenn du uns hörst! Ja, Johnny hat, glaub ich, versucht, die... Gespenst! Johnny hat, glaub ich, versucht, die Treppe zu nehmen. Das hat nicht so gut funktioniert. Ja, ja, der hat sich bei der Treppe versteckt. Das haben wir gesehen. Ah, okay. Johnny. Johnny, es ist Gespenst. Es war doch Gespenst, ne? Es ist Gespenst! Locker ein! Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Armer Johnny. Und das Krasse... Das Krasse war, der Typ ist hier rausgemoonwalkt. Da, den hat man gesehen, so richtig so moonwalkt, so wüt. Da rechts aus der Tür und dann war weg. So, aber müssten wir jetzt nochmal ran. Ja, da muss er da... Ich hab das Gefühl, der Bewegungsrader ist kaputt. Ne, ne. Der klebt überhaupt nicht mehr. Ja, der klebt im Van nicht. Im Van kannst du nix anbatschen. Warum ist der Teflon beschichtet? Auch, ja. Ja, dann würde ich sagen, mach mal weg, oder? Ja, ja, ja. Genau, also Johnny, Gespenst! Sully ist noch draußen. Sully, komm rein! Das würde ich wieder zurücklassen. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Dann sehen Sie mal. Na, in Schuss. Da, in der Seele. Ja, ja. Ja, da, da...